Zur Rückfahrt ist jetzt ein Screed Black Flag und wir müssen immer noch die Wächter verfolgen. Ich werde jetzt einfach mal ganz gnadenlos hinterher gehen, auch ins Sperrgebiet. Da hinten ist nämlich ein Busch. Ich mache jetzt keinen Scheiß, Edward. Hallo. Fuck. Ja, komm, ich muss den verfolgen, du störst. Wo sind die denn jetzt? Oh, da hinten auch noch. Komm her. Noch habe ich es im Blick und noch läuft alles cremig und geschmeidig. Noch. Wie gesagt. Ja, das haben wir ganz gut gemeistert bis jetzt. Das wird auf jeden Fall... Kommodoren... Achso, okay. Müssen wir ihn jetzt töten. Ich weiß nicht, ob das Schiff ist. Kommodoren müssen wir jetzt erledigen. Gut, dann wollen wir das mal tun. Auf geht's. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie eine Attentat draus machen können. Oh ja, Sperrgebiet. Denkt an unsere Mission, Männer. Wir versenken jedes... ... ... ... ... Hallo, spring da hoch. Hallo, Edward? Der an der Ehrbarkeit des Auftrags zweifelt, oder wem meine... ... ... ... Oh nein. Warum klettert er denn jetzt nicht da hoch? Ah, Gott. Das ist doch wieder so ein Fehler. An jeder Dreckskante kann Edward hochklettert. Nur an dieser nicht auf einmal. Naja. Was, 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 was? Wow. Mann. Hallo. Hallo. Hallo, Konter? Ich seh nicht, die Kamera blockt. Oh nein. So. Mein Gott. War ja schon mal nicht sehr schön. So hab ich mir nicht vorgestellt. Eigentlich wollte ich das ein bisschen ruhiger angehen. Aber naja. Hallo. Edward. Kommen wir jetzt hier runter, oder? Hm, komm mal da hoch, ey. Komm her. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Messer werfen, okay. Wo haben wir noch da? Sehr vertreten. Pfeile. Probieren wir mal die Berserker-Pfeile aus. Give me sight. So. Wurr, euch alle? Okay. Äh, ja. Die Mission haben wir. Und. Tja. Machen wir mal aus dem Raum, wenn wir schon einmal dabei sind. Den anderen natürlich auch. So. Die ist sogar noch ein Gegner, oder? Nee, doch nicht. Die wird noch angezeigt. Was ist hier? Perfekt aufheben. Achso, okay. Das hätten wir werfen können. Hier werden noch überall so rote... Ah, okay, da oben steht doch... Boah, da stehen doch noch Gegner. Die werden wir noch fertig machen. Können wir ein bisschen Reale sammeln und so. Okay, bei dem nicht. Nein, Edward. Ah. Naja, okay. Naja, dann nicht. Aber der eine muss ja auch noch hier rumlaufen, oder? Ach, der ist oben, ne? Naja, lassen wir ihn mal oben. Wir müssen zu unserem nächsten Missionspunkt. Wollen wir mal da ganz schnell hin? Den Weg wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Hallo? Kletter doch da rauf. Zack. 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 Jetzt sind wir wieder im Sperrgebiet. Wo wir eigentlich nicht sein dürften. Boah, da sind so viele Gegner. Uh, stehen auch zwei. Na, super. Das wäre auch zu einfach. Ich renne jetzt einfach hier durch. Ist mir scheißegal. Ich will nichts von euch. Ich wollte ihm nichts wehtun. Nein, ich wollte ihm nicht wehtun. Ich wollte ihm nichts wehtun. Ja. Ja, ja, ja. Ich wollte ihm kein Auber machen. So, zack. Hm, was haben wir denn hier? Oh, Bruder. Müsst ihr uns starten? Machen wir mal. Ne, ne. Ich bin nervös. Was führt euch her? Ihr seht aus wie ein Assassine, doch euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich heiße Kenway. Ich kam, um euch vor einer Gefahr zu warnen. Ja, ich habe einige verdächtige Männer in der Gegend bemerkt. Ich glaube, sie arbeiten für einen bekannten Templer namens Upton. Könnt ihr... sich für mich erledigen? Oh, ich ließ mich überreden. Für einen Preis. Ihr wisst nicht zufällig etwas über einen Templer-Schlüssel, oder? Sicher findet ihr ihn bei Uptons Männern. Falls ich euch sage, wo sie sind. Dann sind wir im Geschäft. So, so. Aber das war doch jetzt eine Nebenmission. Da erinnere ich mich da jetzt. Uptons Männern müssen wir ausspülen. Ja, dann tun wir das mal. Scheinen ja anscheinend nicht weit weg zu sein. Da stehen sie schon. Belauschen. Dann wollen wir sie mal belauschen. Boah. Aber nicht so. Lass los. Mein Gott. Was regnen die sich denn jetzt auf? Hallo? Ach toll, ey. Ja, zu viel Aufmerksamkeit errichtet. Ey, das ist doch total dumm. Rrrr. Ich kann da eine Rauchbombe werfen und so magisch verschwinden. Puff. Dann bin ich weg. Äh, wie soll ich das Ganze denn angehen? Wir müssen jetzt mal gucken. Ich darf natürlich nicht entdeckt werden. Und hier ist kein Busch und kein... Machen wir das anders. Edward ist ja so ein Kletterkünstler. Ja, toll. Super, Edward. Ganz toll. Edward klettert auch da hoch. Ich weiß nicht, dass wir fahren zu seiner Residenz bringen. Warum? Was will er damit machen? Ich weiß nicht. Lager? Mh. Hallo. Kletter nach hoch. Ich weiß nicht. Lager? Schmuggeln? Will er sie von seinem eigenen Schmuggler-Ring wegschmuggeln? Ich weiß, wie lächerlich es klingt. Doch befehl. Schmuggler-Ring wegschmuggeln. Vom Schmuggler-Ring wegschmuggeln? Hast du mal über das Wort nachgedacht, Schmuggler? Komisches Wort, was? Wer denkt denn über sowas nach? Nein, ich bestimmt auch. Ja, super. Spring doch direkt vor die fiese, Edward. Ja, natürlich. Schmuggler. Hast recht. Es klingt tatsächlich irgendwie komisch. Muggler. Muggler. Warte mal. Vielleicht sollten wir es nicht ganz so laut sagen, oder? Etwa weil wir selber Schmuggler sind? Hier ist eine Kiste. Oder eine Truhe. Genau. Genau. Werden die anderen schon auf uns warten? Ja. Das wird ganz einfach. Also liefern wir die Ware und gehen dann ins Gasthaus. Oh, das würde mir gefallen. Okay. Schmuggler. Schmuggler. Wo ist denn jetzt hier? Obst du einen aufspüren? Okay, jetzt müssen wir aufspüren. So, dann wollen wir mal. Da ist er doch schon. Die müssen wir töten. Na dann. Yes. Stopp! Ich bin Orton Travers, Büroleiter. Was? Hä? Ist Wenz euer... Mein Blutsbruder. Wir arbeiten zusammen. Und ihr habt keine Templer getötet. Das waren meine Arbeiter. Nicht meine Schuld. Euer Bruder befahl es. Will er mich etwa stürzen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich suche nur einen Templer-Schlüssel. Ein was? Bitte. Ihr müsst mir alles erzählen. Und wie kann ich euch trauen? Wie kann ich euch trauen? Das seht ihr in der nächsten Folge. Assassin's Creed Black Flag. Also, schaltet euch das nächste Mal auch wieder ein. Bei mir auf dem Channel. Reflex. Macht's gut. Ciao.